Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Ujumbilin, 2. Bundesliga 2018-2019, 11. Spieltag, Ujumbilin gegen Dynamo Dresden, Ergebnis 0-0. Startelf von Ujumbilin. Schaubert, Konter, Mark, Herdmann, Himmelanin, Meerhemmelmann, Hamalinin, Reliefist, Innateli, Nikolau, Haise, Asoman, Ebrard, Koné. Das war's von Ujumbilin gegen Dynamo Dresden, 20.36 Uhr. Das war's von Ujumbilin gegen Dynamo Dresden, 20.36 Uhr. Das war's von Ujumbilin gegen Dynamo Dresden, 20.36 Uhr.